Der elektrische Rasenmäher EuroCycler von Toro verbindet ausgeklügelte Recycling-Technologie mit einer ganzen Reihe innovativer Gerätemerkmale, die die Pflege kleinerer Gartenflächen vereinfachen. Die verstellbaren Haltebügel können für eine komfortable Handhabung des Rasenmähers individuell eingestellt werden. Außerdem können die Bügel zum Zweck einer platzsparenden Unterbringung zusammengeklappt werden. Das Einstellen der Schnitthöhe ist ebenfalls ein Kinderspiel dank der zentralen Höheneinstellung des EuroCyclers. Ein weiterer Vorteil, die patentierte Recycler-Technik von Toro macht Schluss mit dem mühsamen Zusammenrechen des Schnittguts. Der EuroCycler zerkleinert das Schnittgut ganz fein, verteilt es gleich wieder auf dem Rasen und gibt Nährstoffe und Feuchtigkeit des Schnittgutes in den Boden zurück. Wenn ein Recycling des Schnittguts nicht angezeigt ist, können Sie mühelos zur Auffangvorrichtung wechseln indem Sie einfach an den Hebel umliegen. Der elektrische Rasenmäher EuroCycler, ein umweltfreundlicher, komfortabler und einfach zu bedienender Rasenmäher, der sich darüber hinaus durch Robustheit und Leistungsfähigkeit auszeichnet. Kurzum, Toro ist immer Ansprechpartner Nummer 1 für den Gartenprofi. Wieder ein Grund mehr auf Toro zu setzen, wenn es um Ihren Garten geht.